Wir üben heute gemeinsam. Lektion 100 Mein Teil ist wesentlich für Gottes Heilsplan. Mein Teil ist wesentlich für Gottes Heilsplan. Du bist tatsächlich wesentlich für Gottes Plan. Ohne deine Freude ist seine Freude unvollständig. Ohne dein Lächeln kann die Welt nicht erlöst werden. Solange du traurig bist, ist das Licht, das Gott selbst zum Mittel bestimmte, die Welt zu erlösen, trüb und glanzlos. Und niemand lacht, weil jedes Lachen nur ein Echo deines Lachens sein kann. Mein Teil ist wesentlich für Gottes Heilsplan. Mein Teil ist wesentlich für Gottes Heilsplan. Heute wollen wir versuchen zu verstehen, dass Freude unsere Funktion hier ist. Wenn du traurig bist, ist deine Rolle nicht erfüllt und aller Welt wird dadurch die Freude entzogen, wie dir auch. Gott bittet dich, glücklich zu sein, damit die Welt sehen kann, wie sehr er seinen Sohn liebt und will, dass ihm kein Leid entstehe, seine Freude zu vermindern, dass keine Angst ihn überkomme, seinen Frieden zu stören. Du bist heute der Bote Gottes. Du bringst sein Glück zu allen, die du erblickst und seinen Frieden zu jedem, der dich anblickt und seine Botschaft in deinem glücklichen Gesicht sieht. Mein Teil ist wesentlich für Gottes Heilsplan. Mein Teil ist wesentlich für Gottes Heilsplan. Mein Teil ist wesentlich für Gottes Heilsplan.